Im Rückenzentrum Wirbelwind in Tinum fand der erste Sylter Gesundheitstag statt. Verschiedene Dienstleister in Sachen Gesundheit und Lebensqualität gaben Tipps und Anregungen rund um gesunde, ausgewogene Ernährung und eine hohe Lebensqualität. Die Besucher konnten diverse Körperwertemessungen durchführen lassen. Ein Augenseetest, ein Balancetest und ein Venentest rundeten das Angebot ab. Interessante Vorträge mit unterschiedlichen Themen wie zum Beispiel Prävention und Therapie bei Diabetes fanden großes Interesse. Ein Gewinnspiel lockte mit Trainings- und Einkaufsgutscheinen. Der interdisziplinäre Austausch rund um Gesundheit und Vorsorge und der ganzheitliche Ansatz des Gesundheitstages kamen gut an bei den Besuchern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017